Matthias Röder, 26 Jahre alt und ledig, ist Mitinhaber eines Ingenieurbüros in Bietigheim-Bissingen. Wir leben in einer wundervollen Stadt, sagt er, die mir sehr am Herzen liegt und ich möchte mithelfen, diese Stadt in eine nachhaltige, ökologische, aber auch wirtschaftlich gestärkte Zukunft zu führen. Röder ist Kirchengemeinderat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Bietigheim und Feuerwehrmann. Seine Hobbys sind Skifahren, Bergsteigen und Joggen. Matthias Röder, 26, Bauingenieur. Wir alle sind Bietigheim-Bissingen.